Mit digitaler Anreicherung bezeichnet man eine Stufe der Lehre, auf der in Ergänzung zu klassischen Lehrmitteln digitale Elemente und Szenarien zum Einsatz kommen, die Form der Lehre aber nicht verändern. In der klassischen Lehre, so wie seit Jahrhunderten praktiziert, belehrte ein Lehrmeister sein Publikum, das schon damals nicht immer aufmerksam war, bisweilen sogar Besseres zu tun hatte oder je nach Befähigung schlicht und einfach mitlas. In einer anschließenden Inhaltsvertiefungsphase wurden die vermittelten Inhalte, zum Teil sogar unter Aufsicht, vertieft. Die heutige Lehre sieht nahezu genauso aus. Inhaltsvermittlung durch einen Lehrer im Hörsaal, Inhaltsvertiefung im Anschluss, heute meist selbstgesteuert und noch immer sind die Studierenden abgelenkt, unaufmerksam oder sie lesen nun allerdings über ihre mobilen Endgeräte mit. Dabei kommen neuerdings vermehrt Hörsaal-Technologien wie PowerPoint, interaktive Whiteboards oder auch Smartphones zum Live-Voting zum Einsatz. Und auch in der Inhaltsvertiefungsphase wird nicht mit digitalen Elementen, zumeist im PDF-Format, bisweilen auch in Form von Lehrvideos, gespart. Wir haben es also mit einer speziellen Form der digitalisierten Lehre zu tun. Das Grundkonzept bleibt aber das gleiche wie seit Jahrhunderten. Inhaltsvermittlung im Hörsaal, Inhaltsvertiefung außerhalb. Daher ist die digitale Anreicherungsstufe zwar eine Form der digitalen Lehre, allerdings eine, die das Gerüst der klassischen Lehre nicht verändert, sondern lediglich kosmetisch korrigiert.